Ihr wollt wissen, wie ihr 6 Sterne und 5 Sterne Raids easy alleine schaffen könnt? Dann passt jetzt auf! So, wir sehen hier auf jeden Fall mein Kampf-Team, das sind die 6 Pokémon, die ich main-mäßig in Raids immer mitnehme. Das sind auch die einzigen, die ich gerade derzeit auf 100 habe, die diese Geheimtechnik besitzen, sage ich jetzt einmal. Ja, zuallererst, ihr seht, alle Pokémon sind auf Level 100. Das empfehle ich euch auch, das ist ein absolutes Must-Have, wenn ihr Level 6 Raids machen wollt, also 6 Sterne Raids machen wollt. Denn, soweit ich das verstanden habe, sind die im Kampf auf Level 90 und sobald ihr die Fang zu der 75 runtergesetzt. Deswegen, ihr kämpft also so gesehen gegen 90er Pokémon. Also, ihr braucht da gar nicht mit unter Level 100 reinzugehen. So, und dann gucken wir uns mal diese Pokémon an und dann denken wir doch mal zusammen nach, was genau die alle verbinden und was genau deren Geheimtechnik sein könnte. So, wir sehen hier das Move-Set von Knack-Krack, wir sehen hier das Move-Set von Bailonda, wir sehen hier das Move-Set von Azuglades, wir sehen hier das Move-Set von, wie heißt das im Deutschen? Granforgita, genau. Wir sehen hier das Move-Set von Choraidon und wir sehen hier das Move-Set von Flatterhaar. So, was verbindet diese ganzen 6 Pokémon miteinander? So, ich lasse euch kurz Zeit. Genau, die können sich alle boosten. Die haben alle einen Schwertanz-Move oder halt einen Gedankengut-Move. Natürlich könnt ihr auch Renkeschmied benutzen oder Protzer. Gedankengut und Protzer sind natürlich ein bisschen langsamer als Schwertanz und Renkeschmied, aber sind auch gute Optionen. So, und ich werde euch jetzt anhand dieses Teams zeigen, wie ich jetzt ein 6-Sterne-Skarbon-Easy alleine gekleppt habe. Den Skarbon-Raid habe ich mit Poppy gemacht und ihr werdet sehen, das ist ein 6-Sterne-Raid und Poppy hat good work geleistet. Sehr, sehr gute Arbeit. Also, ich kann euch nur empfehlen, nehmt ein Pokémon, was sich boosten kann. Sei es Schwertanz, sei es Drachentanz, sei es Protzer, sei es Gedankengut, sei es Renkeschmied, sei es Einrollen oder I don't know. Aber nehmt euch die Zeit zum Hochboosten. Falls der ihr natürlich sowas hat wie Dunkelnebel oder Klairsmog, ist natürlich nervig. Aber ihr könnt das halbwegs umgehen, wenn ihr mit Mates zusammenspielt, mit denen ihr, okay Google, danke dafür. Ihr könnt das umgehen, mit denen ihr mit Mates zusammenspielt und euch absprechen könnt. Keine Ahnung, mit Hypnose und Verhöhner und I don't know. Das ist halt das Knifflige. Nicht mal das Knifflige, es ist eher das Spaßige, sag ich jetzt mal, sich Strategien mit seinen Kollegen auszudenken. Das ist das, was, finde ich, diese Raids ausmacht. Es ist eine absolute Herausforderung im Vergleich zu Schwertenschild. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich blende euch jetzt einfach ein, wie ihr zum Beispiel Skarabon easy besiegen könnt. Okay. Das war's für heute. Und so besiegt ihr einen 6 Sterne Raid alleine.